Ich vertrau dir jetzt mal. Ich dir auch. Aber im Elite-Taco vertrau ich nicht. Dann geh ich weg. Ich mag euch nicht. Dem Kai auch nicht. Ne. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wodurch ich fahren bin. Soll ich euch ne HE-Granate hier lassen? Was? Doch, komm. Trau dich. Okay. Da fliegt was hinter dir her, Link. Ja, Duckling! Link, du bist am Arsch, man! Du bist richtig am Arsch! Zu가! Ohh! Servus. Poin! Ah, ich bin tot, він, Hilfe! Hoch! Treppe hoch! Treppe hoch! Da, hin, hilf mir! Bitte helfen Sie mir! Ich bin in Gefahr! Bitte helfen Sie mir! Scheiße, den Stadt Sag Create! Boah, Dose! Lauern wir zusätzliches Mal haben! Jaaaaaaargh? Weswegen? Die mögen alle da Weil er teilt Ich hab ihn vorher gekillt Ohohoi du hast Hahahaha Du hast die komplett mitgenommen Also was also 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 AHHHHH Von wo? Au Ah jetzt bin ich tot Tschüss Nein OH IT'S UP Oh still weg hier Ja jemand ist tot I is missing in action Darf ich mich aussehen leicht verraten Ah Ich hätt's nicht mal gepeilt Ja ich hab's gemerkt dass es Niemand anderes gepeilt hat Ich so Scheiße Hab ich das jetzt wirklich laut gesagt? Was hast du denn gesagt? Ich hab gesagt Kai is missing in action Was? Da dachte ich Hä? Ich dachte Marco sagt das absichtlich Ah So doof kann doch keiner sein So blöd kann keiner sein Hahahaha Zeig dich Als ob ich okay Nein 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 also Ich hab grad einen Mord beobachtet Aber ich bin zu schwach um da einzuschreiten Gerade Weißt du wenn du das auf der Straße siehst Ist wenn so ne Oma verprügelt wird Oder du die denkst Dann wird ja lachbar erstmal so Hey nein mein Finger nach die Kataben brechen Oder so Is that me? Die hat einen Hit gegeben ey Alter Vater Alter Verwalter sie braucht den Backenschein Bist du dadurch nicht gestorben? Ich war unterm Dach Unter hier unterm Baum Ey Door Hörst du grad Müll nach mir? Ja Hier warte Auf mich Auf das Ding Und dann Sag ich dir was Jetzt hast du Leiche mitgenommen Ja Ich was? Ich sag dir dann Bescheid Mach Ob du eine Leiche mitgenommen hast Mach Welche Leiche? Okay Mach Und wem ist das denn Dan? Kai und... Was war das? Da 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 Oh Oh Geht der sich kaputt? Oh Ganz klar Das tat er ja geil Das tat er ja geil Hast ihn doch richtig geboostet Boah Jens ernst Der geht doch nicht oder? Doch okay Marco bist du Traitor? Nein Trait Du sagst nicht so viel Ich muss mich konzentrieren Boah Ah Er hat ihn gewinnt Auf mich Auf mich Nicht hingehen Nicht hingehen Ich weiß es nicht Ich habe gesagt Oh shit Oh Ratte Mop Du bist wieder im Leben Oh Ja Hast du gut gemacht Was ist das? Was ist das? Sie ist tot Look at my Dale Dale Ja Warum Eddie und Kai? Wir Feiern mal Weihnachten Nein, nein, nein Ihr f***t mich nicht Stirb Schei Ist es nicht? Nein Tadius Nein Ich begrabe ihn im Wasser Er kriegt eine Seebestattung Nicht ganz Ah Boah Ah, ich habe Burg Oh, der Moonboy Der chill Ich wurde getaste Jo Da Jemand Feuer Was? Damon? Ja Damon Ja In den Kellern Als ob Du Bastard Alter Als ob Der war hinter der Tür Nimm doch den Du würdest mich nicht verarschen Marco, oder? Da Nicht so Nicht so Da haben wir zwei draußen Da haben wir zwei draußen Bei der Zugbrücke Da haben wir zwei draußen Bei der Zugbrücke Ich kann deine Leiche nicht konfirmen Ich sterbe jetzt Woher wusstest du das? Ich komme mit Aber ich habe keinen Boost Ich habe auch keinen Boost Leider Meins Ich auch Marco Ja Ja Gute Das war jetzt ohne Hey hast du mir nicht gerade einen dummen Spruch gedrückt? Der kriegt mal was anderes Wer hätte ahnen können, dass dieser Raum zwei Türen hat? Eine Harapune Findest du das hart? Ui 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 Okay Jens Eine Minute 14 Kein Gegenton Oder kein Gegenkorb Oder was auch immer Oder was auch immer Oh 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 Scheiße Oha Der war hier Das war der Kai Was? Der Kai ist Traitor Der hat hier dieses Browser Das Traiculator Oder sowas Der Kai Der hat gerade den Daniel gecaypt Kannst du ihn auch confirm? Ahnen Er ist bestimmt gar nicht Traitor Kannst du ihn confirm? Nein Der Kai ist hier noch Sogst du Streit Sogst du Streit hab ich gefragt Sogst du Streit hab ich gefragt Sogst du Taku Perser genau Okay Oh Scheiße Kacke Ja Nein Ich hab keinen Bus Lass ihn bitte Was? Was? Kein Trav Meinst du? Ja sind doch alle confirm Oh 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 Dabei hab ich die beiden doch erledigt Schein jetzt Wenn ich mich nicht töten müsste ich war auch Traitor Warum hast du mich erledigt? Weil du hier gerade jemand wiederbeleben wolltest Oh 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 A few moments later Okay äh Daniel Käse oder Mob City Ja dann der Kai Oh scharf Das war nicht der Jakob Oh 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 Das kam von mir vorne Oh 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 Kai will sich opfern hat er gesagt Jakob ist ein Opfer hab ich gesagt Oh 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 Ich bin bei dem Blut Da gibt's viel doch Bei Kai? Hm Auch in Ne ich weiß nicht wo Schahin den hingeschleppt wird Bei Schahin Oh die Ja Sieht voll schön aus wie du da stehst in der Abendkinderbombe Bleib doch mal stehen Ich sag mal stehen Bleib doch mal stehen Sag nicht dass das Stefan war die Nummer ist Doch Guck mal hoch, guck mal hoch Nein Hab ich ja Theoretisch auch nicht Ja 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 Ooooooooo Backflip Arab Oh Kai Ja Geh weg Oder so It was at this moment that he knew that he fucked up Oma auf dem Tone Nei Op City und Oh von unten Von unten Plot Ich war veut Ich lebe die 10 Jaja Aha HAH HA NEIN! No, Ok NeOOOOINendi Hol mich doch Ahmmm WHOA Durch dieses Detected Dingern Öh, öh, öh Öh Okay, Türen sind gefährlich Oh ne Ja? Identifizieren doch mal! Was ist mit Marco los? Was ist denn mit Arxen los? Willst du irgendwas kaufen? Ne Okay Doch Jetzt will ich aufhauen Äh Mann! Was ist das nicht wahr? Wieso sind hier zwei Leute tot? Wer war das? Jashine hat mich mit einer Schaufel angegriffen, da hab ich ihn mit einer Shotgun erschossen Ja gut, dürften halt funktionieren Buch, 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 Buch Geh dich davon, komm Was? Also die Brain Parasite Gun macht Spaß Okay, wir haben einen neuen Jens gefunden Hat damit erstmal gleich jemanden gekillt Abgeschossen, dann läuft einer genau vor meine Shotgun Alles richtig gemacht Oh shit Oh shit Nein Oh Jetzt hat mich von der einen Plattfall auf die andere geschossen Alter Oh 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 Geil, Alter Äh Leben war es zu schnell Oh shit Schön je... Warte Was? Hä? Wie sie da hängt Geil Schon wieder, weißt du, sie redet davon, dass man nicht so viel saufen soll, hängt aber mit dem Kopf an der Klusches will Okay Ich trink ein kaltes Bier mit Ich auch Du auch Was? 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 Auch Was? Was?